Für Gustavo Dudamel war es schon immer eine Herzensangelegenheit, junge Musiker zu fördern und Musik allen zugänglich zu machen. In Mexikos Stadt organisierte seine Stiftung einen Workshop für über 160 junge Musiker. Sie alle kommen aus verschiedenen Teilen des Kontinents, gefördert von Bildungsinitiativen, die benachteiligten Gemeinden helfen. Auf dem Programm Tvorsaks 9. Sinfonie aus der Neuen Welt. Ich wuchs als junger Musiker in Venezuela auf und war Teil eines wunderbaren Programms, El Sistema, ein Kinder- und Jugendorchester. Für mich ist es sehr wichtig, die Art weiterzugeben, in der ich Musik gelernt habe, nämlich mit den anderen zu teilen und von ihnen zu lernen und sich gemeinsam als ein Team zu verbessern. So habe ich Musik gelernt und genau das führen wir hier fort. Auf diesem Weg können alle ihr Wissen teilen und die Musik gemeinsam genießen. Und sie wissen, dass sie nicht alleine sind. Ich bin nicht mehr so jung, aber ich bin doch noch recht jung. Ich bin nicht so weit von ihnen entfernt. Und wenn ich ein Kind in einem Orchester spielen sehe, dann sehe ich mich da selbst sitzen. Ich fühle sofort eine Verbundenheit und kann mich in sie hineinversetzen, in ihren Kopf, aber noch wichtiger, in ihre Seele, in ihr Herz. Und was für mich sehr wichtig ist, mehr noch als das, was wir ihnen geben können, geben sie uns doch alles. Inspiration und Leben. Ich sehne mich nach dem Tag, an dem jedes Kind der Welt, jeder Jugendliche, Zugang zu Musik als selbstverständlichen Bestandteil seines Lebens hat. Das wäre das Allerbeste. Es wird das Allerbeste sein. A tempo. A tempo. Tres. E. 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 Untertitelung des ZDF, 2020